Ich möchte diese Woche das Projekt starten, dass ich jeden Tag vlogge. Ja, ganz, ganz exzellent. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die ganze Zeit den Ort gesagt habe, also die Stadt, wo ich hier gezogen bin und das eigentlich nicht sagen wollte. Ganz ehrlich, das ist jetzt nicht irgendwie, ich habe mir jetzt nicht ein Haus gebaut oder so, wo ich für immer bleiben werde. Seht ihr das? Ich habe einfach nur übelst die Gänsehaut. Es ist Mittagsruhe, wieso macht der da draußen Krach? So, wir sind auf nächtlichem Beziehung. Ich bin ein bisschen nervös, positiv nervös, weil ich jetzt sozusagen offiziell hier ausziehe, dass es jetzt so bedeutet, dass es ein komplett neues Kapitel generell ist. Jedenfalls habe ich schon früh meine Haare ja noch vor der Handy-Innenkamera gemacht und wo ich den Zahnraffer aufgenommen habe und so. Weil ich nicht mehr auf die Idee gekommen bin, dass ich jetzt hier und vor allem auch da hinten noch einen Spiegel habe. Pünktlich um 17 Uhr essen wir jetzt Abendbrot. Normalerweise essen wir ja um 18 Uhr, 19 Uhr, teilweise 20 Uhr, 21 Uhr. Ich habe vergessen, dass ich den Kühlschrank hatte. Kann mir mal jemand sagen, warum ich die teuren Bio-Bananen gekauft habe? Eier? 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 Ja, wir haben auch Eier-Programm-Setup. Was habe ich denn verpasst? Oh mein Gott. Vielleicht wacht er da mal auf. Oder er wacht jetzt auf. Hier, guten Morgen! Und dann geht es ans Waffelnbacken. Ich muss das Waffeleisen noch suchen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.